Ein Sozialarbeiter findet eine verweste Leiche in Wien, in der Nähe vom Haus des Meeres. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 65-jährigen Obdachlosen aus Ungarn, der bis zu seinem Tod in einem Karton hinter der Mauer im Esterhasi-Park lebt. Die Todesursache des Mannes, der sich seinen Wohnbereich mit weiteren Obdachlosen geteilt hat, soll laut dem zuständigen Amtsarzt ein Herzversagen gewesen sein. Kritik wird jetzt an den Sozialarbeitern des Parks geäußert, da die Leiche, die sich außerdem in unmittelbarer Nähe eines Kinderspielplatzes befindet, über eine Woche unentdeckt bleibt.